168 Tage hat es gedauert bis der FC Bayern Basketball wieder auf Barcelona trifft. Das letzte Mal standen sich beide Teams gegenüber in den letztjährigen Playoffs. Hier musste sich Bayern leider nach einer spektakulären Fünf-Spiele-Serie geschlagen gehen. Und jetzt will ich gar nicht mehr viel rumreden und viel Spaß mit dem Video. Servus. Hier ist nur Geldbeutel und Schlüssel. Danke. Wir sind im Stadion drin. Wir müssen jetzt zu unseren Plätzen. Die sind auch schon da hinten, C2. Und ja man, wir müssen schauen, wie wir die Plätze organisieren, weil wir sind sechs Leute, aber wir kriegen es schon hin und dann sehen wir uns gleich. Die kann man seine Wingspan testen lassen. Sonnys Wingspan. Wie lange war deine? Keine Ahnung, sehen wir dann. Ich gehe jetzt noch aufs Klo und dann müssen wir auch schauen, wo die Plätze sind. Es ist schon echt langsam ein bisschen voll hier drin. Yes Sir! Lootend! Andi Uff! Es ist auch deutlich mehr los als letztes Mal bei Fenerbahce. Hier sind der FC Bayern Basketball und der FC Barcelona. Das ist für jede Position. Bayern München! Yes Sir! Wir sind hier! Wir sind hier, Jungs! Ja, es ist für den ersten Fakt jetzt, nach drei Minuten. Auf geht's Bayern! Kämpfen und schiegen! Boom, 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 boom! Cool! Ganz wichtige Message hier hinten, Rot gegen Rassismus, Leute. Oh! Bang! Bang! Yes! First beat of the game! Fire basket, oh yeah! Fire basket! Oh! Give me that! Oh, Junge! Yes, sir! Hunter, sein Wurf, sieht zwar aus wie Ass, aber Hauptsache er trifft, original wie Joakim Noah. Bisher ein guter Start von beiden Teams. Bayern kommt gut rein, mal Würfe aus dem Dreierfeld getroffen, richtig gut. Hey Pat, was hat er für Schuhe an? Oscar! Ja, was ist denn? Entweder Harden oder James. hat er sie sein... Das tut erinnert, Alter. Spiel! 2, 1, an die Osten im Wasser! Starkes 1. Viertel, Alter. Sehr, sehr spannend. Ihr macht jetzt gemeinsam mit euch die Audiodon-Welle. Oskar, der Silber! Oskar, der Silber! Schaut uns zu Gobi Björn, Jungs! Yes! Und der Boy natürlich! Oskar! Hands up! Nice! Gotti, Gotti! Gib ihm! Ja! Let's go, Jungs! Ganz stark, Andi! Ganz stark, Junge! Don't stop the paw! Juhu, Junge! Bernie mit dem Move! Bang Bang! Oh, Junge! Jump ball, oder? Ball besitzt Barcelona! Ball besitzt Barcelona! Nee, Ball besitzt Barcelona! Gute defense! Aber er wollte! Wichtig! Wichtig! Ganz stark, Junge! Guter Re-Ball hat er! Guter Re-Ball hat er! Guter Re-Ball hat er! Easy Money! Aua! Oh, Shit! Junge! Nick Ballabert wird echt heute mit dem ganz starken Games her! Bang Bang! Yeah! Ja! Wann Bayern ganz stark! Nochmal zum Ende der Halbzeit! Oskar hat Uifel für den Würfel bekommen? Ähm, dann muss ich sagen... Wann mach ich mal zu einem zacklichen Hehl! Näm! Es ist jetzt Halbzeit! Beide Mannschaften finden echt super ins Spiel rein! Bei Barca, die Würfel fallen wirklich geistig gestört. Wird jetzt mal zu den Korx-Zeitplätzen runter. Man kann hier einfach komplett runterlaufen, wie gerne würde ich jetzt hier auch ein paar Corner Threes, Junge, Splash, ist jetzt im Essensbereich, boah Alter, gönnt euch mal, was es hier für ein nices Essen gibt, die Gitarre ist ganz wichtig, ich liebe die nice area hier, hier an die Obst, aus erster Reihe, Sir, Bang Bang, komm komm, gib mir mir Servus Björn, wie geht's, ich seh gern die Videos, wie geht's, was geht Jungs? Shoutout an Komi Björn, groß Vorbild Oh, Junge, top Junge, step back, oh Junge Aua Oh, Scott Bang Bang, gib mir das Yes Oh, Junge Splash at home, man Boah, Junge, Mann, wie soll's treffen hier alles? Dadurch, dass Barca so viele Dreier trifft, das ziehen wir jetzt langsam echt davon Gute Ziel Ja, Junge Oh, nehm in, bruder, nehm in Näm in, oh C'est nebo,f muss an ihm, ne muss an ihm Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Füßchen! A1! Ganz stark, Jungs! Ganz stark! Bayern kommt nicht weg von den 10 Punkten Rückstand, Alter! A1! Let's go, boy! Aber die 10 Punkte kriegen wir nicht weg! Das Schmerz! Der Wackelschmerz! Der Schmerz! Sieht leider wieder sehr, sehr schlecht aus für Bayern. Eine Minute noch zu spielen! 14 Punkte Rückstand! Ja, und jetzt kommt die Turnover! Oh, Mann! Sehr schade, dass Bayern schon wieder verloren hat! Bayern hat gute Würfe getroffen, aber Barcelona trifft einfach zu gut vom 3er! Zu gut! Ich blende euch hier mal die Stats ein! Wir haben echt alles getroffen! Was willst du zu Oskar sagen? Oskar, gutes Game! Wir glauben immer noch an dich! Wir lieben dich! Nächstes Mal gibt's noch mehr ab! Leider 2-3er am Anfang! Nicht getroffen! Aber dann langsam reingekommen ins Game! Da hat er noch 4 Punkte gemacht! Bis nächstes Mal wird's besser! Möglichst steht hinter dir sowieso! Du weißt, bam! Wir gehen immer ab, wenn du herkommst! Egal, was passiert! Wir sind da für dich, Alter! Let's go! Let's go! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Wenn ja, lasst ein Like da! Schreibt in die Kommentare! Was für ein Highlight euch am besten gefallen hat! Und ja, lasst ein Like da! Lasst ein Abo da! Und dann sehen wir uns beim nächsten Video! Peace!